Oh nicht der, ich hasse den, ich hasse den, ich hasse den. Oh, was macht der? Das war jetzt aber nicht dein. Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within. Die Sophia ist da, ach ne, du hast nicht Sophia, Entschuldigung. Die Mahl ist dabei. Oh, hi. Und ihr. Ja, ich werde zu gucken. Und heulen. Ja, während du verkackst. Ja, haben wir ja eben schon. Ja, das werdet ihr nicht sehen. Kommen alle dahin? Alle hin da? Alle hin da? Ja. Gut, weiter so. Gut, dass ihr nicht... Oh, sie küssen sich auch. Ey, zerstört ihr Leben nicht. Los. W-wieso geht das Ding einfach in die Luft? Okay, warte. Oh, wie hässlich drin. Ähm. Okay, die hat ne Knarre. Irgendwie ist das grad voll leise bei mir. Warte. Wieso ist das so leise bei mir auf einmal? Ne. Nur Munition. So. Was haben wir aufgenommen? Ich weiß es nicht. Ah, Shotgun. Oh, das kann doch echt nicht sein. Können wir mal das Leben regenerieren? Danke. Oh, hier liegt auch noch was. Was ist das? Oh, ne Flasche. Hm. Händer. Los. Lau- Hallo? Vielleicht, äh. Kann die mal... Ähm. Ja. Geh hoch. Ja. Hm, Massaker. Liegt hier irgendwas? Äh, ja, hier liegt, äh, was war das? Rüber, wollen wir jetzt dann. Gut. Immerhin. Eins, zwei, drei. Kriege ich den vielleicht mit... So? Er wollte auch grad schießen. Oh, gut, so. Ich bin immer schneller. Okay, gut. Nein, das mach ich nie wieder. Nein. Äh, äh. Ähm. Ähm. Da piept auch was. Ja. Da hat auch immer wieder Dynamit und wirft es auf mich. Ja, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Oh, okay, sie ist nicht in die Luft gegangen. Gut. Alles super, alles super. Hm, lecker Geräusche. Ja, die Geräusche sind echt ein bisschen äglich gerade. Na du? Ja. Hm. Brennen, 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 brennen. Oh, renn weg, renn weg, renn weg. Oh mein Gott. Sie schreit so unschuldig. So unschuldig, als wäre sie ganz normal, ne? Ja. Hüüü. Hüüüü. Lauf. Kann er vielleicht mal umkippen oder so? Essen, Mann. Der hält ein bisschen zu viel aus. Ah, jetzt ist er tot. So. Aufgeplatzt. Aufgeplatzt. Mh, aufgeplatzt. Schön, Umschreibung. Oh, da ist was. Das ist... Das war schon. Ja, nee, das ist dieses Ding, womit ich, äh... Ah. Das ist ein Wölmchen. Oh, da ist auch noch sowas. Achso, ich kann nur in die Richtung gucken. Ja, gut. Ich dachte, ich kann da vielleicht auch da durchklettern. Klettern. Habe ich nicht genug Swag? Na. Hoffen wir nicht. Ähm, ich sollte das zum Krankenwagen, ne? Ja. Oh, da ist noch einer. Da ist noch ein Gegner. Ja. Ganz sneaky. Sneaky. Ah, sneaky, Mann. Fuck. War sehr sneaky. Hm. Das hat keiner gemerkt. Gut, hat keiner gehört. Oh, eine Spritze. Leben. Ich habe mich auch gar nicht erschrocken oder so. Warte. Spritzen wir uns doch erst noch mal ein bisschen was unter. Ich... Hast du... Wir haben ja zehn Minuten angefangen, ne? So läuft das. Gut. Ein Verbandskasten. Blutstillender Verbund. Komisch, genau das brauchst du. Komisch. Das... Findest du es komisch? Ja. Oh, hier liegt voll viel. Oh, verbreit. Okay, ich hoffe, jetzt kommen nicht noch 100 andere Zombies. Betten draußen stehen jetzt schon wieder zehn. Ja, das gleiche nochmal zurück. Oder sowas. Ähm. Ah, okay. Super. Das ist, das ist sehr unwahrscheinlich gewesen. Nein, sowas passiert immer. Ja, immer wenn ich's nicht brauche. Ja. Immer wenn du keine Munition hast. Weil ich habe noch eins, nein. Obwohl, warte. Eine Armbrust. Nee. Explodier doch! Wieso explodiert das Ding? Gut, das Ding explodiert nicht. Ha! Damn. Ah, und da unten hinten stehen wieder zehn Stück. Gut. Das war wieder so klar, ne? Hoffentlich, dass es einfach wird. Hast du nicht das Schwere genommen? Warte. Puh! Vielleicht explodiert das andere, wenn du dran vorbeigehst. Nee, das Ding explodiert nicht. Das nur, wenn Gegner in der Nähe sind. Ich kann's auch wieder einsammeln. Ach, echt? Oh. Oh, ja, gut. Oh, ja, ja. Oder wir machen das so. Puh! Vielleicht ein Larrat. Wie komme ich denn als Wattchengewehr? Ah. Ratter, ratter, ratter. Hä? Oh! Okay. Okay, da war einer. Hä? Ah. Hm? Stürb! Mee, Gott, der fällt. Wo kommen die denn alle her? Das ist echt ein bisschen verwirrend. Minimal. Hallo! Wir haben die ganzen Autos wegrasiert. Rrr. Schulausflug. Haha. Oh Gott. Yo, wie viele denn noch? Das ist wie Tower Defense. Ja. Bitte schnell. Bitte schnell. Dieser Typ verblutigt. Schnell, renn rüber. Ich komme. Die letzten 10 Minuten wäre das auch egal. Ne? Achso, ich darf nicht. Halt sie weg von mir! Achso, ich soll doch wieder... Okay, okay, gut. Nein, wir sollen ans Maschinengewehr. Okay. Haha, daneben getreten. Kannst dich auch nicht entscheiden. Könnt ihr euch mal alle verpissen? Ewisch. Dann, Herr Niergraf, vibriert. Nein. Und? Nein. Kommen wir jetzt noch mehr? Sind wir vielleicht mal fertig? Ja, die Musik ist immer noch dramatisch. Wiii. Ist voll komisch. Passt. Irgendwie. Können wir jetzt... Wenn du runter gehst, kommen wieder 20. Ja, pass auf. Oh. War das wieder Reverber-Munition? Ja, cool. Nö. Diesmal nicht. Oh. Danke. Wow. Du bist so versorglich. Danke. Ich war es zu dir auch. Nein. Stimmt. Scheiße. Wie die kann weggehen. Wir müssen hier raus. Ja, ich würde mal sagen, fahr. Hm, gute Idee. Haben sie dann weg. Ich fahr einfach, Zeus. Oh, die fährt wie du. Ja, wie das Auto wegge... Hast du das gesehen? Ja. Oh, ich kann mit dem Pfeiltasten fahren. Oh, scheiße. Jetzt musst du fahren. Komisch, du fährst wie immer. Okay, der war echt gut. Ich will die ganzen Zombies mitnehmen. Die Autos nicht, aber die Zombies würde ich mitnehmen. Ja, klar. Wird anhoben. Fahrungsteuer. Oh, nee, es ist er. Assassin's Creed. Fuck. Was ist das? Geh weg. Das ist loslich. Ach, nein. Warum fliegst du? Warum was passiert? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wir sind in seiner Traumwelt gefangen. Oh, und er ist? Er hat halt... Deswegen hat er die Eier. Irgend so ein Opfer. Ziemlich gestörte Träume. Nein. Kapitel 12 überlebt. Speichern. Damn. Ja. Geil. Nein, nein. Minuten. 8 Stunden. Oh, ja. 4 Minuten haben wir noch. Leben ist schon. Oder 10. Warum? Ach, du musst immer nur so. Viertelstunde. Bis 20 Minuten. Wir haben ja ein bisschen. Wir haben mit 10 angefangen. Ungefähr. Bisschen gewastet haben wir angefangen. Ups. Entschuldigung. Hey. Der schnellste Größ. Hm? Da. In der Arsch. Dein Arsch. Oh. Die Schlampe stirbt. War sie noch im Auto? Ja. Die saß am Steuer, oder nicht? Ja. Ist nicht mein Problem. Ist nicht meine Frau. Oh, Kapitel 13. Opfer. Kidman. 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 Kid. Sie ist bestimmt in der Kiste. Wir können... Oh. Geil, kauf dir was. Das brauchst du jetzt. Cool. Oh. Oh, Jackpot. Ja, richtig viel. Nice, Digga. Nice, Digga. Was ist hier in der Kiste noch irgendwas? Okay, nee, ist es nicht. Ähm. Wir müssen nach unten. Joa. Sie brennt. Ähm. Es sieht nicht nach Menschen aus, aber wir können ja gerne mal runtergehen, ne? Oh, da liegt was. Oh, du kannst schlafen. Ach nee, das ist wieder dieses... Sein Tagebuch. Bla, 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 bla. Bing. Gleich wieder alle. Ich wollte das lesen. Und drückt auf Stopp. Kauft euch das Spiel. Was geht hier vor? Das Schlimmste war, als da, das, als da, das, das Fenster, oh Gott, das, ne, das, ah, nee, das war kein Fenster, das war, nö, sie ist nur gruselig. Hallo. Hey, ho. Hey, ho. Da macht die Tür immer so langsam auf. Voll nervig. So. Immer so richtig dramatisch. Oh, hier wurde das auch so richtig dunkel und so. Und die eine Szene, ich hab die gehasst. Hm. Kartenfragment. So sieht die Karte an. Ach stimmt. Du hast noch einen Ganzen, ne? Ja, aber nee, das fühlt sich automatisch ein. Da mussten wir auch hier so Sachen angucken. Oh, die Folge musst du dir angucken. Ich weiß aber gerade gar nicht, welche das war. Guck mal einfach alle an. War das, hab ich einen Schlüssel? Nee, ich hab keine Schlüssel, schade. Dann weiß ich auch immer, worum es geht. Ja, also es geht eigentlich darum, dass wir in dieser Traumwelt von diesen Typen sind und er uns halt töten will. Oh. Okay. Tür auf. Oh. Zauberer. Ja, es sieht immer recht gemütlich aus. Das sieht schlecht aus. Ist aber böse. Äh, nee, ist aber gut. Oh, was? Äh, nahikampfschaden. Ach so, ach, das macht dich so stärker und so. Ja. Aber ich denke mal, der nahikampfschaden ist gar nicht mehr so schlecht. So, zack, ja. Oh. Oh, jetzt hat er Kopfscherzen. Woher kommt das bloß? Hm. Vielleicht mal der Drehtanzer Kopf hat. Nuuuuuuuuuuh. Das ist halt echt hell. Ich kann auch meinen Gaming-Modus anmachen, dann ist es noch heftiger. Oh, fällt dir früh ein? Ja. Oh, schubst ihn mal. Hehehe. Oh, okay. Das ist das Wahlleste, oder? So. Hier geht's weiter. Oh, es gab auch so eine Folge, da habe ich gegen so ganz viele unsichtbare Viecher gekämpft. Oh, da hatte ich Panik. Oh. Oh, das ist gruselig da. Ja, das war da wirklich gruselig. Hätten wir auch hier durchgehen können? Oh, scheiße. Okay, ähm, ich weiß gerade nicht, wo wir lang müssen. Oh, hier ist noch was. Ist, hier ist nichts. Skandale. Ähm. Springen? Nee, wir können hier nicht runtergehen. Hm. Wir müssen irgendwie einen Weg runterfinden. Oh, hier. Oh, das war schwer. Oh. Ich frage mich, was das hier für Viecher sind, die Roten. Ist das Säure? Lichter. Ist das Säure? Ach, wir entschärfen. Okay, das ist eine Falle. Das ist echt Säure. Juh. Okay. Dann sammeln wir uns doch erstmal ein bisschen ein hier. Hm, lecker Bier. Oh, Mann. So creepy. Pee. Warte, da kommt gleich irgendwas aus. Was kommt hoch aus? Vielleicht auch aus den Türen oder so. Nee, das sind nur so. Ach so, gleich, ja. Ja. Die sind so. Nicht da reingehen. Ach, das ist nass. Pass auf. Ja, aber guck mal, die Stadt sieht auch beschissen aus. Wo kommt er jetzt her? Wo ist denn der, genau? Ja, guck dir mal nur runter. Ja, ist ein bisschen depressiv. Sie können so eine Verwüstung verursachen. Deine Mutter. Gleich sieht das, gleich sieht das. Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja. Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Ja, lenkt nicht ab, Pussy. Schwuchtel. Das ist echt so. Du musst alles machen und er ist nur so. Ja, er rennt immer nur an mir vorbei, weißt du. Oberschlaue. Oh, ein Fahrstuhl. Oh, die sind sehr, die sind super. Das sieht sehr sicher aus. Wie können wir da nicht ran? Fahrstuhle sind immer die guten Sachen. Spring raus. Ah, nee, ich glaube, wir müssen den. Ich würde gerne... Gut, dass du mich hast, ne? Ja, sonst würde ich jetzt hier die ganze Zeit rumstehen. So. Oh. War das nötig? Das war klar, dass das passiert. Und jetzt kommt er nicht hinterher. Siehst du? Riskier das lieber nicht. Kyodo. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Er stirbt. Sieht sicher aus. Auf jeden Fall. Ja. Bestimmt. Oh nein, du hast den scheiß Weg. Boop, 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 boop. Scheiße. Er ist Kidman dann. Ich bin, ich bin, ich bin. Nee. Komm, lauf doch hier vorbei. Das ist ein Geräusch. Oh, nicht der. Ich hasse den, ich hasse den, ich hasse den. Oh, was macht der? Oh. Das war jetzt aber nicht dein. Nein, der legt überall diese Minen hin und der ist richtig kacka. Oh, ich mag den nicht. Oh, Mann. Gib mir trinken. Oh, fuck die shit. Den, den, den habe ich mir auch so schwer getan. Ich glaube, ich habe drei oder vier Versuche gebraucht, um den zu töten. Oh, der stirbt auch nicht. Das ist so kacka. Okay, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. No, no, no. Oh nein, nicht so entschränkt, verstärken. Oh mein Gott, nein. Das ist wie bei Outlast. Outlast? Outlast. Oh, cool. Danke. Das nehmen wir auch noch mit. Wo ist er denn? Oh, an dieser Stelle beenden wir das. Nee. Hinter dir. Ich will die Trap hier entschärfen. Okay, it's a trap. Sucker ist hinter dir. Was ist das Ruvik? Das ist der Untertyp, ne? Weiß ich nicht, ob der das ist. Sieht ein bisschen so aus. Hast du überhaupt noch genug Wasser? Ja, ja, aber ich glaube, ich gehe wieder in den Schrank. Das war irgendwie am sichersten. Ich glaube, wir machen hier erstmal kurz einen Cut und dann geht's weiter. So, gut. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, gut. Bye. Bye.